Mein Name ist Konrad Friedmann, ich bin Lebkuchenbäcker aus Leidenschaft. Ich backe hier in Neckarau in Mannheim, selbst komme aus dem Schwarzwald. Ich möchte gerne dem industriellen Lebkuchen etwas entgegensetzen, was handwerklich ist, was original ist, nach einem Rezept gebacken, nach einem Rezept aus meiner Heimat, aus dem Schwarzwald. Das ist ein Honiglebkuchen, ohne Zusatz von Zucker, nur mit Honig gebacken, viel Walnüsse und viel Haselnüsse. Das ist einfach ein tolles Gebäck, das möchte ich gerne den Leuten näher bringen.